Wir sind stolz auf die Erfolge unserer Kunden. Ich bin die Christiane und ich bin seit ungefähr einem guten Jahr im Fitnessstudio. Ich bin auf das A3 aufmerksam geworden durch das Internet und durch die Werbung war ich eigentlich immer so in der Post gehabt habe. Dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut und habe es ganz interessant gefunden. Ich persönlich finde am besten den Milan-Zirkel und das war auch der Grund, warum ich einfach hier angefangen habe. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, wie das hinhaut mit dem Trainieren und obwohl man schwanger ist. Ich habe mich aber dann mit meinem Arzt durchgesprochen und habe dann auch mit dem Christian darüber gesprochen. Mit dem Milan-Zirkel haut das auch wirklich super hin. Man kann immer seinen Pulsbereich genau kontrollieren. Die Geräte sind immer so nachgestellt worden, dass die im Grunde mit meinem Bauch mitgewachsen sind. Der Christian war eigentlich immer da und hat mir da immer geholfen und hat immer geschaut, dass ich halt dann die Übungen auch richtig ausführe, dass die für den Rücken auch immer noch rückenschonend und gut sind. Wenn man kommt, wird man immer herzlich begrüßt. Man kann immer ein bisschen kurz ratschen, was auch schön ist. Eigentlich habe ich alleine angefangen, aber man findet eigentlich so schnell Bekannte hier. Es ist immer eine schöne Atmosphäre und einfach das ganze drumherum. Hier könnte auch Ihre Erfolgsgeschichte stehen.